Die Fabel von den Fröschen Eines Tages beschlossen die Frösche, einen Wettlauf zu veranstalten. Sie entschieden sich, um es besonders schwierig zu machen. Das Ziel sei der höchste Punkt eines großen, steilen Turms in der Nähe des Teichs. Viele andere Frösche versammelten sich am Tag des Wettlaufs, um zuzusehen. Endlich begann der Wettlauf. Allerdings glaubte keiner der zuschauenden Frösche wirklich, dass auch nur ein einziger der teilnehmenden Frösche tatsächlich den steilen Turm erreichen könnte. Also riefen sie, oje, die Armen, ah, das werden sie doch nie schaffen, oder das zu schaffen ist einfach unmöglich, anstatt die Läufer anzufeuern. Allmählich schien es, als sollte das Publikum recht behalten. Nach und nach gaben immer mehr Frösche auf. Das Publikum schrie weiter, oh nein, die Elenden, niemals werden sie das schaffen. Wenig später gaben alle Frösche auf. Alle, bis auf einen einzigen. Unverdrossen kletterte er an dem steilen Turm hinauf und erreichte als einziger sein Ziel. Vollkommen überrascht wollten die Zuschauer von ihm wissen, wie ihm das möglich war. Einer der anderen Teilnehmerfrösche näherte sich ihm vorsichtig und fragte eindrucks-ehrfurchtsvoll, wie er es geschafft hatte, den Wettlauf zu gewinnen. Als der nur irritiert schaute und nicht antwortete, merkte der Teilnehmerfrosch, dass der Siegerfrosch taub war. Dann stelle ich ab, bis auf. 001,2,3,5,5,4,5,5,0,5,5,0. Vielen Dank.